Monitor-Kalibrierung mit dem i1 Display Pro Natürlich kann sich jeder selbst ein solches Hardware-Teil zum Kalibrieren von einem Monitor kaufen. Das kostet um die 200 Euro bei X-Ride. Hat man jedoch nur ein oder zwei Monitore und man muss diese alle paar Jahre wieder kalibrieren, dann kann man das auch als Dienstleistung zum Beispiel bei uns bei Pre2Media einkaufen. Wer nun das Ganze einmal selbst an die Hand nehmen möchte, den möchte ich anhand von Monitoren wie BenQ und dem Apple iMac einmal zeigen, wie so etwas gemacht wird. Welche Software setze ich da ein? Es ist zum einen die Palette Master Element für den BenQ und zum anderen den i1 Profiler für den iMac. Ich nehme zwar die gleiche Messtechnik-Hardware, aber ich habe hier unterschiedliche Softwaren im Einsatz. Wie geht das Ganze von sich? Zum Ersten muss ich mal die beiden Softwaren herunterladen. Ich empfehle da jeweils die aktuellste Version aus dem Internet mir herunterzuladen. Dann brauche ich das Messgerät und sollte es anschliessen. Ich werde die Basiswerte eingeben. Das sind vor allem diese drei Kelvin, Candela und das Gamma. Und dann werde ich mal ein erstes Profil schreiben. Dieses Profil werde ich dann sauber mit Namenskonvention abspeichern, damit es eine eindeutige Kennung hat. Ich muss das im Betriebssystem in den Monitoreinstellungen anwählen und ich sollte danach dieses Profil mit unten stehend einer digitalen Datei im Photoshop, eine sRGB-Datei haben wir hier vorbereitet, und einem Ausdruck, einem Proof überprüfen. Also ich muss anhand von einer digitalen Datei danach meinen Monitor mit einem geprüften, zertifizierten Ausdruck testen. Wenn das Resultat nicht übereinstimmt oder zu grosse Abweichungen hat, dann sollten Sie die Basiswerte ändern und zum Beispiel die Farbtemperatur mit Kelvin anders einstellen und die Helligkeitseinstellung mittels Candela anpassen. Das Ganze jetzt Schritt für Schritt für beide Monitore aus Anleitungsvideo auf com2publish.ch Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.